und seine Musik ist wieder weg und das immer der nächsten Folge von Anheiz an Spaß Oh, ich werde nicht in den Raum reingehen, Mensch, du wer. Da ist es. Oder? Was brauche ich überhaupt? Schadztruhe? What? Nein. Warum geht die Tür zu? Warum? Was muss ich tun? Das Ordnament. What the fuck? What the fuck? Die scheiß Ritterrüstung bewegen sich. Die Ritterrüstung bewegen sich. Die Ritterrüstung bewegen sich. Die Ritterrüstung bewegen sich. Oh, da ist ja auch eine Karte. Okay, 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 okay. Okay, das wird wahrscheinlich in der... Ich weiß nicht. Die Enzyklimation wird wahrscheinlich da sein, damit wir hier hinten reinkommen. In die Tür, wo wir vorher nicht rein sind. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg jetzt einfach nur zurückrennen. Rennen. Fuck. Ich will das nicht, okay. Okay, jetzt. Renn durch. Noch mit. So sind das vier Ritterrüstungen. Oh nein. Oh, die brauchen eh lange zu schlagen. Jetzt renn. Renn durch. Rennen. Rennen, renn, renn, renn. Oh nein. Oh nein. Die waren vorhin noch nicht so. Keine Ahnung, was ich rücken muss. Rennen. Ashley. Ashley, ich habe extremen Respekt vor dir. Geh nach die Tür. Respekt, Ashley. Respekt. Respekt. Du hast die Geh. Alter. Boah. Okay, ich nehme alles zurück. Du bist keine Blondine mehr. Du bist ab heute rotarisch. Oh ja. Rotarisch. Du hast die nächste Stufe erreicht. Extrem. Sagst du vielleicht noch was? Munition. Nimm sich für die und mit. Notiz. Durchatmen. Notiz des Butlers. Da. Saramun Ramun Salazar keine Familie hat, muss laut Sattler seinen starken Glauben an die Los Eliminatus genutzt haben, um ihn dazu zu bewegen, die von seinen Ahnen bis versiegelten Las Blardos zu befreien. Sir Salazar würde so etwas niemals wissentlich tun. Ich hätte das falsche Spiel des Lords ahnen müssen. Jetzt bin ich mitschuldig. Ich habe keine Ahnung, was der Lord vorhat, aber Sir Salazar wurde nur ausgenutzt. Nun ist es zu spät. Sir Salazar hat die Plaga in seinen Körper infiziert. Haben sie erst einmal adultes Statium erreicht, gibt es kein Zurück mehr. Der Plaga-Parasit stirbt erst, wenn er wird, stirbt. Es gibt keine Rettung. Vielleicht hat er. Sir Salazar hat eine Ahnung von den Plänen des Lords, aber ich kann nichts tun. Ich stehe in der Familie Salazar seit Generationen. Ich bin bereit, meinen Dienst bis zum Ende auszuführen. Cooler Butler, muss ich sagen. Prüfen. Hä? Moment mal, damit ist eine Öffnung. Es ist fast mal wieder total. Jetzt kann ich das Ding drehen. Eine Leiter. Hochzulieren. Bisschen weiter, die Kamera nach unten. Bitte, 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 bitte. Ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Oh. Und... Lange Gänge machen das Spiel länger, warum auch nicht. Und eine Tür. Erfolgreich geöffnet. Oh, die sind noch süß zusammen. Du gehst trotzdem nicht mit ihr. Ja, Kapitel 3, Abschnitt 4. Du bekommst einige Gegenstände von Ashley. Okay. Können wir das auch gleich verwenden? Ähm, verlieren bitte. Das können wir zusammen machen hier. Zack. Und die Patronen. 50 noch. Okay. Salazar, äh, Salazar. So, Kameras? All spoilt, thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave, before the audience gets pissed off. Ha, 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 ha. You're nothing but an extra nice script. So don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then. Why don't you show me, what a first class script is like. Through your own actions. Das werden wir tun, so wie du willst. Aber ich finde persönlich, dass es ein bisschen doof ist, dass die Übersetzung unten nicht genau beeinstimmen mit dem, was sie sagen. Bis sie die Nase voll haben oder bis sie sich verpissen, das ist schon und liegt immer noch da. Okay, Ashley, das habe ich dir zu verdanken. Dankeschön. Spinel. Und eine Gewehr, äh, Packung, Munition, Baum. Und nochmal, Blendgranate. Und endlich in die Tür rein. Ey, endlich. Okay. Oh, Achterbahn, sehe ich da gerade? Was die sich alles ohne weiteres trauen, das ist doch langsam nicht mehr normal. Ladebildschirm, das heilige Kreuz, Ladevorgang. What? What? Oh. Da oben ist wahrscheinlich das letzte Ornament. Okay. Okay. Okay, das ist geil. Können wir den da oben noch aufglaschen? Scheiße. Bisschen. Aber ein bisschen, ein bisschen noch. Mann. Sehr krassbar doch. Dann nicht. Stimmt, die Luftanheit geht ja noch bei Battlefield. Und noch eine Kiste. So, das Ding wird jetzt ein bisschen einfacher. Dadurch, dass die nicht weiter sind. Wow, so viel Gold. Ab ins Todeskarussell. Hey. Naja. Hier rein kommen sie ja eh nicht. Dafür reicht die im Kuh nicht. Dafür reicht die im Kuh nicht. ban. Ja. Wie. Sorry. ach komm ich bin ja mal durch wir alle richten können sie ja nicht mehr so obwohl man kann doch in der oben irgendwie runter springen ein illuminati anhänger ok wieder eine mit roten mantel das ist unfair egal ich muss mir den schmacken wir versuchen es mal jetzt halt komm ok wenn es nicht geht geht es halt nicht lol noch mehr ok lassen wir mal ein bisschen party machen hat schon nicht denn der suplex leon ist echt verdammte kacke ich das ist völlig so was du da machst das ist noch beschissener der fresswurm ich habe irgendwie das gefühl dass sie unendlich da sind was was ich weiß gar nicht oh ihr brennt gar nicht leon alter hat geil geht doch ja 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 Mensch 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 kein Anstand Glücks Hits hier bin es hier bin es tschüss tschüss diese Technik muss aber auch geil sein diese Technik muss aber auch geil sein und ein Ornament ein Löwen Ornament und wir faxen hier und nicht lange rum wir rennen so schnell möglich zurück keiner da gut springen sofort wieder in dieses Karussell jeje und gucken nochmal schnell was unser Minirock macht wenn die nicht mehr da steht ne ey da rette ich die nicht mehr da geh ich heim hätte ich aber auch geraten tschüss warte tschüss guuuut ich würde sagen speichelt die nochmal ab Kapitel vier Abschnitt eins ok da bedanke ich mich fürs zusehen Wir sehen uns beim nächsten Mal Tschau